Schlange stehen, um an das Lieblingsprodukt zu kommen, das erlebt man am Wochenende bei der Fleischerei Auernick in Hallerwang bei Salzburg, die unsere Automaten Vision X und Vision XL erfolgreich für den Verkauf verschiedener Köstlichkeiten nutzt. Stefan Auernick gibt dir im Video noch weitere spannende Tipps zu seiner Verkaufsstrategie. Mein Name ist Stefan Auernick, ich führe Fleischerei in Hallerwang bei Salzburg. Wir sind immer stark dabei, bei neuen Innovationen oder Ideen diese auch umzusetzen und haben uns auch vor mittlerweile sechs Jahren für einen Verkaufsautomaten von der Firma Bischof entschieden, den wir auch nach zweieinhalb Jahren ausgebaut haben, mittlerweile zwei Automaten haben. Wir haben nicht nur von Fleisch, vormarinierte Sachen, von Schwein, Rind, Bute, Handel, genauso auch Grillbeilagen dabei, Maiskolben, Kartoffelsalat, Kräuterbutter, Käsegemüsespieße auch für Vegetarier, natürlich Grillwürstel, verschiedene Sorten. Wie wir angefangen haben, haben sie mir eigentlich für Deppert erklärt, ein Steak da drinnen zu verkaufen für 35 Euro. Es funktioniert, wir werden super angenommen und man muss echt sagen, also es werden eigentlich die Teuerstücke am besten verkauft. Die Zeiten ändern sich, das Bewusstsein bei den Kunden wird zu Regionalität und Qualität immer wichtiger und besser. Das spricht natürlich für unser Handwerk. Und somit ist es auch für uns eine gute Möglichkeit, unsere Produkte, unsere Qualität im Automaten 24 Stunden anbieten zu können.